Ja, moin ihr Lieben. Heute haben wir in unserer Reihe mit der Krisenvorsorge das Thema Inflation. Ja, es ist ja im Moment in aller Munde und wir haben also tatsächlich eine Inflation. Die meisten wissen aber gar nicht, was Inflation eigentlich bedeutet. Die meisten gehen davon aus, es wird alles teurer. Das heißt, das ist Inflation, das ist mitnichten der Fall, sondern es wird einfach nur die Geldmenge aufgebläht. Das sorgt natürlich auch für höhere Preise, aber das Problem ist eben nicht, dass alle Leute sinnlos die Preise erhöhen, um sich die Taschen voll zu stecken, sondern unsere Regierung ist ja wie immer typisch chronisch pleite und drucken dann einfach Geld. So, das heißt, wenn die Anzahl der Waren begrenzt ist und die Anzahl des Geldes sich erhöht, dann verteilt sich natürlich das mehr Geld auf den gleichgebliebenen Warenkorb. Und das heißt, man muss also mehr von dem Geld für die Ware ausgeben. Ganz einfache Geschichte. Das Gelddrucken funktioniert aber schon seit etlichen Jahren, nur haben wir das gar nicht mitbekommen, weil dieses ganze zusätzlich gedruckte Geld einfach das Finanzsystem nicht verlassen hat. Das wurde da unter sich quasi für irgendwelche Anleihen und für Aktien ausgegeben. Die sind zwar teurer geworden, gar keine Frage, weil ja eben mehr Geld da ist, aber das hat relativ wenig Auswirkungen auf den Warenkorb gehabt, den man zum Einkaufen braucht. Und jetzt merkt es ja schon jeder, dass das Geld für den Einkauf nicht mehr so ausreicht und dass man für sein Geld immer weniger kriegt und beziehungsweise, dass eben die Sachen alle teurer geworden sind. Das hängt damit eben zusammen, dass diese Inflation, dieses zu viel gedruckte Geld, dass das jetzt tatsächlich beim Endverbraucher ankommt. Das ist aber immer noch nicht alles. Also wir müssen noch mit deutlich mehr Inflation rechnen, denn die Preissteigerungen in den Vorprodukten, die sind gerade jetzt bei den Herstellern angekommen und werden jetzt nach und nach dann auch beim Endverbraucher aufgeschlagen. Das lässt sich nicht verhindern und das heißt also, das, was wir jetzt an Preisen sehen, auch mit dieser 10% Inflation, das wird noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass da noch deutlich mehr auf uns zukommt. Das heißt aber auch, wer jetzt noch einen Vorrat anlegen will, der sollte das jetzt langsam tun, denn es wird mit Sicherheit teurer und es wird auch weniger Auswahl geben und es wird auch weniger Sonderangebote geben. Ich muss immer an meinen Lieblingskaffee denken, den ich immer in großen Mengen einkaufe. Und wenn ich da sehe, dass ich da vor fünf Jahren im Angebot 2,99 Euro für bezahlt habe und jetzt gerade ein Angebot bekommen habe für 4,79 Euro und das ist natürlich schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Und wenn man da, ich sage mal, 60, 80 Pakete im Jahr braucht, dann läppert sich das schon zusammen. Also, wie gesagt, die Inflation, das ist noch gar nichts, was wir im Moment bekommen haben und das wird noch deutlich mehr werden. Ich glaube mal nicht, dass wir so weit kommen wie in 1929, als diese Hyperinflation kam und die Leute mit Schubkarren zum Einkaufen gefahren sind. Es ist auch nicht immer notwendig, das Geld zu drucken, das gibt es ja alles digital. Ja, und man wird dann aber irgendwann wieder dahin kommen, in dem Moment, wo es Geld gibt. Ja, sobald man den Lohn ausbezahlt kriegt, wird der Lohn sofort in Waren umgeschlagen. Und dann gibt es die Tauschwirtschaft wieder und das ist immer typisch bei Inflationsgeschehen. Ja, die Leute vertrauen dem Geld nicht mehr, setzen das gleich in Ware um und dann wird die Ware im zweiten Schritt auf den Schwarzmarkt gegen das getauscht, was man benötigt. Das ist natürlich wieder ein guter Hinweis, wenn man sich etwas bevorraten will, dass man Sachen bevorratet, die sich gut eintauschen lassen. Zigaretten, Schnaps, alles das, was einem so die Krise ein bisschen leichter macht, das ist immer ein gutes Tauschmittel. Das hat immer funktioniert und da könnt ihr vielleicht auch schon mal drauf Acht geben, denn irgendwann, wenn die Inflation kommt und wir auch weniger Lebensmittel haben, dann wird auch die Produktion von Schnaps zum Beispiel eingestellt, weil Schnaps aus Lebensmitteln gemacht wird und Zigaretten, ob man die dann noch reinkriegt, weiß ich nicht. Also wie gesagt, Schnaps, Zigaretten ist ein gutes Tauschmittel und einige andere Sachen auch noch. So, das waren so ein paar Gedanken zum Thema Inflation. Wir werden mal sehen, wie es kommt. Ich gehe davon aus, dass uns noch einiges bevorsteht und dass man natürlich mit Sachwerten gut aus der Krise rauskommen kann. Bevorratet euch und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann schaut die nächsten Videos oder schaut in mein Buch Der beste Rat ist Vorrat. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Vielen Dank.